FC Bayern beschert Thomas Tuchel erfolgreichen München-Abschied Erfolgreicher München-Abschied für Thomas Tuchel dank FC Bayern Eine Gratwanderung zwischen Tränen der Rührung und Trunk des Sieges, das war der letzte München-Auftritt von Thomas Tuchel. Der frühere Cheftrainer des FC Bayern München wurde am vergangenen Samstag mit einem beeindruckenden Sieg gegen den VfL Wolfsburg verabschiedet. Verdanken kann er diesen historischen Moment vor allem seinen ehemaligen Schützlingen, den Spielern des FC Bayern München. Eine bemerkenswerte Karriere bei den Bayern Thomas Tuchel, der als Trainer beim Mainz 05 und Borussia Dortmund seine Karriere begann, setzte seine eindrucksvolle Trainerlaufbahn beim FC Bayern München fort. Seine Zeit bei den Bayern war geprägt von Erfolg, Dramatik und unvergesslichen Momenten, die den Verein und seine Anhänger prägten. Trotz einiger schwieriger Phasen, in denen Kritik und Gegenwind aufkamen, gelang es Tuchel immer wieder, das Team zu motivieren und zu Höchstleistungen anzutreiben. Sein Fokus auf diszipliniertes Spiel, taktische Vielfalt und Fitness ließen den FC Bayern München wiederholt triumphieren. Der große Abschied Der letzte München-Auftritt von Thomas Tuchel am vergangenen Samstag wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen und in den Herzen der Bayern-Fans wird er unvergessen bleiben. Doch das letzte Spiel von Tuchel hätte kaum besser inszeniert werden können. Gegen den VfL Wolfsburg triumphierten die Bayern mit einem eindrucksvollen Sieg, den Tuchel wohl nicht ohne Stolz und Wehmut verfolgt hat. Die Flutlichter der Allianz Arena leuchteten an diesem Abend besonders hell. Ein passender Rahmen für einen Mann, der den FC Bayern München zu zahlreichen Siegen geführt hat und dessen Fußabdruck wohl auf ewig im Verein verewigt sein wird. Das Spiel zeigte ein dominantes Bayern-Team, das den Führungstreffer in der ersten Halbzeit erzielte und den Vorsprung in der zweiten Halbzeit ausbaute. Blick in die Zukunft. Nach Tuchels Abschied stellt sich die Frage, wie es nun weitergeht. Wer übernimmt das Erbe von Tuchel beim FC Bayern München? Dies bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass der neue Trainer große Fußstapfen zu füllen hat. Thomas Tuchel hinterlässt ein Erbe des Erfolgs, das schwer zu übertreffen sein wird. Ein neuer Trainer wird Zeit und Geduld benötigen, um seine eigene Prägung beim FC Bayern München einzubringen. Erfolg erfordert Zeit und Leidenschaft. Doch die Anhänger des FC Bayern München haben schon viele Wechsel miterlebt und werden auch diesen meistern. Die Geschichte des FC Bayern München ist geprägt von Wandel und Neuausrichtung. Und doch bleibt eines konstant, der Wille zum Sieg und die Leidenschaft für den Fußball. Ob mit oder ohne Thomas Tuchel, der Verein wird weiterhin hoch hinaus wollen und bereit sein, dafür zu kämpfen. Und wer weiß, vielleicht wird Thomas Tuchel eines Tages in der Allianz Arena wieder auftauchen, dieses Mal jedoch auf der anderen Seite der Seitenlinie. Bis dahin bleibt uns nur, ihn zu verabschieden und ihm für seine großartige Zeit beim FC Bayern München zu danken und viel Glück für seine zukünftigen Projekte zu wünschen. Verfasserin Anita Farke, Montag, 13. Mai 24.